Hallo Soldaten und herzlich willkommen zurück zu Planet Zwei! Mit dabei ist der Herr Sepp Hi Sepp Hi Hi Ja und wir sind direkt an der Front Heute kein Warpgate-Begin-Action Sondern wir spielen direkt an der Front und spielen Fliegerline abschießen Genau! Ich bin ein bisschen Munition, Sandy Damit auch noch nie ablehren gestärkt verdammt um aber blockieren wir bitte nicht den Weg andauernd nö wo wir jetzt wollen wollen wir da oben vorgesehen werden wir rücken weiter Richtung und um Gott ohne Blöcke Lippen kamen wo über uns über uns ich sehe sie nicht doch da macht die Augen auf ne ja schön meine Lippe ist down ne toll ich fahr mal zu vorne weiter nach vorne oder was wolltest du jetzt ich habe jetzt erstmal kurz den Internet Explorer ausgemacht ok ja weil das sie gerade ein bisschen gerückelt hat naja standard hier mein PC wird alt wieder also der neue PC wird alt ein bisschen macabre vielleicht sollte ich auch mal morgen so die Grafikkarte mal irgendwie wieder updaten wer weiß das solltest du vielleicht machen oder mal ein bisschen Festplatte bereinigen vielleicht irgendwie mit dem CC clean oder sowas ja 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 mache ich ja schön gemäßig was soll ich sage ich diese Sau hat mir hallo wenn sie nach vorne fahren fahren sie bitte wissen sie was was ich fahr sofort weiter und diese Franzosen schon wieder erst mal die unsere Fußball kaputt und da stehen die hier weg ja entschuldigung ich habe leichter akkretionsprobleme ja sie sind ja auch rausgeflogen das ist eine für uns ja ja ich weiß ja das ist der seiner von uns was hat er denn da oben drauf ähm bestimmten äh gate oder so ich weiß es nicht ich bin doof und heißer Hans bestimmt Tor Diffuser oder sowas kann man sein Tor Diffuser? ja damit er durch so ein Energietor fangen kann der hat so da irgendwie so oben so sowas äh leuchten des Obroffens dann nie drauf okay das hier gehört uns ja schon fast das gefällt uns doch obwohl Vorsicht da hinten kommt Panzer glaube ich ja 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 Panzer 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 weg hier äh nicht weg äh da du stehst genau in den Schusswagen die sind da hinten bei den äh ich weiß ich will sie herlocken da oben ist unsere kleine Armee deshalb ja du musst auch nicht an die Front fahren der Paula kommt zum Beispiel schon fahr 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 ich fahr schon wir haben die Einrichtung bekommen ja läuft bei denen warte mal ich gehe mal kurz raus reparier dich okay das ist gut okay ja treff ich denn noch rück weg rück ab rück ab rück ab rück ab rück ab ja das ist besser besser ist das oh ich reparier mich ach ne ich kann mich gar nicht reparieren ja da sollte vielleicht jemand mal irgendwie umswitchen am Ende ja vielleicht aber ich bin dabei okay okay der hat zu gut schaffst du es noch wieso hast du denn der nicht aufgemacht und hast jetzt eine Umreparatur macht ähm weil ich da nicht aufmachen konnte weil hier schon in der steht vorne okay aber ich reparier jetzt mit jo jetzt sollten wir es schaffen hey der war doch schon mal wieder grad bei der Hälfte ja du wir stehen noch mitten in der Front mein Freund wir stehen noch mittendrin ne wir stehen mittendrin Junge ich fahr jetzt weg so einsteigen nimm Leute mit und dann Abmarsch ja sind wir folgen der Masse da hinten sind das unsere Galaxies oder nicht wo jetzt sind sie weg oi jungen jungen fahr nicht so weit in die Front lass die Tanks bitte mal ein bisschen vorfahren ja und lass ich okay ich sag nichts mehr in alle vor ja gut dann ja aber ah ich seh hier schon ne Lipp oh da vorne komm das sieht so aus als ob die da oben oder auf dem Hügel sind rechts neben uns oh nein nicht das scheiß Hügelcamping ich lege mal hier kurz ein paar Minen hin verteilen paar Minen ja es kann ja passieren dass irgendwie Wenden ein paar Fuzzis durchrausen auf welchen Hügel stehen die denn wenn ich fahren durfte gelt da fehlt nur ein einzelner ACHTUH NEM DUR NEM DUR NEM DUR NUR N Cum DUR Nehm DUR O bei mir ist C4 dran am Reifen okay warte 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 bist du schon weiter gefahren gäf dieser nicht äh wo liegt denn C4 Hier Fahrer seit zweiter hinterer Reifen ich sehe das nicht mehr hier auf dieser seite fahrer seite also links wo jetzt zweck ist ja warte mal wo ist das scheiß das war hier am reifen musst du mir mal bitte aber es ist weg was 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 fuck you du scheiß einsteigen bitte auf fahrt bereit machen ja ich glaube eben hoch und dann du bist mitten in der front der kam gerade eine lippe und ich bin hier extra ausgestiegen da hinten ist eine venni hallo wenn gott das ist schon hier in chaos da weg ist mir gelekt anflug gelekt anflug gelekt anflug ja ich bin fast kaputt so schnell reparieren das war das das war gerade eine schöne schuss combo hast du ein bisschen was gekriegt ja ich habe jetzt endlich herausgefunden wie ich verdammt noch mal mehr schaden an die mache okay ich schieße nicht auf eine stelle ich schieße einfach so breit gefächt hat einfach vor denen ok bekommst du eigentlich sehr freund ein paar 20 habe ich jetzt wieder zusammen ich meine experience weiter denn ich wollte ja permanent die moni ja bisher ich habe jetzt plus 8 xp machst du die augen auf bitte ich habe dich schon viel abgeknallt geschossen weil ich da hinten flieger sehen habe ja ich bleib wissen ob abstand jetzt ja ich will den ich will dich nicht zerstören das ist nur vorsichter von dem panzer den gerad das gibt es ich gehe da mal ja pass auf die haben hier eine Prozent und Geld aufgebaut die Wurzungsmog erst so eine Basis und eine Woche erhöhne eine Waffe die und die Reinhardt so dieses geschützt hier so, ich bin jetzt schon wieder hier vorne an der Front du stehst da hinten, okay können wir noch ein bisschen weiter vorfahren? ja, wie er sagt, ich probiere jetzt hier gerade ein paar Fliegerlein wegzupusten ja wenn ich hier vorne noch mit hinstelle, kriegst du alles mit hier ist nämlich auch noch ein Reparatursundi ne, hinten kommt noch ein zweiter Reib angefahren ok das ist schön, dass du mal aua, aua, aua aua, irgendwas bleibt mich gerade richtig fies tschüss die Weikür ist weg, gut na, Paula habe ich abgebrannt ja gut, das heißt, du bist down probier mal in der Nähe wieder zu spawnen ja, da steht ja noch der Sandy dann mach ich auch mal jetzt einfach fertig nur das Doofe ist wow, von rechts kommt NK und von äh, von links kommt die NK nach dem Hügel runter und von rechts ist die TR da ach nein, wir spielen drei Frontenkrieg und natürlich verbinden sich die Schweine wieder ich mach mal kurz ne Umfahrung ich folg mal der Deck ja, und jetzt brauche ich hier im Spawnhäuschen ja, ein neues Spawn, U drücken und ein neues Spawn ich wollte auch kurz sagen, der Sandy steht doch noch da na gut, wir sind auch direkt an der, hier drei Parteien-Ecke, ne ach so, der hat sich zusammengeklopft lululu ok, alles gut jaja, ne, ich hab nur gerade einen tiefliegenden Arschloch abgeschossen ein tiefliegendes Arschloch passt auf, dass die scheiße regnet ja ja das war jetzt panikreaktion leute das war auch gab bei mir ganz schön da war durch direkten lieber weiter über über dieses fahrzeug und hat sich auf die leute drauf geschossen die mann hier scheiß camps camping gedöhnt so nach und hier da steht schon wenn ja das ist hier gerade eine hin und her wieder warte mal bitte ja steht noch hier ein paar zurück fahr zurück fahr zurück zurück hier 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 so wichtig ich habe gelernt ich lerne was geht über uns und das abgesprungen der typ am an der kill assistent haben wir gekriegt ich nicht drück mal bitte t das ist dann hast du rundum blick so ja außen und sicht ja ja das ist besser das ist viel besser wir haben das ist super das war mal ein geiles geschützt aber die kommen ja die kommen von da oben von der andere seite kommt die tr da kommt sie schon um die ecke gefahren das ist gar nicht sogar da vorne kommt schon der erste lightning durch das ist nicht so prall vorne voraus ist direkt unten unten ist ein lightning das ist ja 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 aber nachdem der tür end noch ja läuft bei denen sollen wir da mal oben auf dem hügel lang fahren obwohl das könnte kritisch werden da oben ist nämlich auch der wenger aber aber fahrfahrzeug ja ich fahrzeug nicht stehen bleiben nicht stehen bleiben das habe ich gelernt nicht stehen bleiben ok ich reparier mal eben ja munitionskiste wollte ich zwar nicht schmeißen aber es auch nicht schlecht das ist doch schön so oh Herr Raser da vorne und er ist runtergerüft in der Nähe befindet sich ein weiblicher Spion was ist so ein Spion aus grüft ok ähm wir wechseln auch gleich den kontinent ja ja wir brauchen auf äh hast du nur noch zwei ähm zwei punkte nur noch zwei punkte richtig können wir sagen ja das machen wir gleich folgen schnitt machen sozusagen du ja 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 wir sind auch wieder mit der äh wir sind dass verlockendes zu zielen deshalb schießen die sprangs und das mal was macht der kollega der kollega suchte macht viele den hügel hoch ja das ist die mann sehr gut das sind ja auch unsere hohe spielteile ich steig noch mal raus zum reparieren der kleine ja der typ ist ausgestammt unser zweiter schützer aber warte mal wo ist ja auch weg was soll der ich bin tot schön warte ich stelle mich auf du kannst noch mal und ich habe direkt ein zeuglauber bekommen oder das ist doch gut oder eine läppel ja dann machen wir doch jetzt einfach das folgen ende und ja leute ich mach mal das schnell weil wir direkt weiter kämpfung du musst du musst fahren konzentrier dich mal aus dem gebiet rauszufahren ja sind wir gleich aus sind wir gleich tot wir sind tot jetzt sind tot ja also das war eine lustige lustige folge lustiger ist die verlorene folge die nicht rauskommen wird die von letztem mal gefallen hat daumen nach oben geben für mehr folgen kleine zeit zwei es gibt bald auch noch mal kleine neue überraschungen das machen wir kündigen das nicht an mann wir spontan wenn es da korrekte aber ich kann auch sagen dann wird es mehr baseball geben auf manchen dingen was wir spontan machen werden ganz spontan und so spontan und so mehr baseball habe ich gehört ja wir sehen uns dann gleich bei der nächsten folge wieder bis dahin alles gute bye bye und schau leute ja